Herzlich Willkommen an der Freien Waldorfschule Braunschweig. Wir verwirklichen hier eine zeitgemäße und am Menschen orientierte Pädagogik. Das Ziel, unsere SchülerInnen individuell und ganzheitlich in ihren Anlagen intellektuell, künstlerisch und praktisch zu fördern, wird von unseren Lehrkräften in enger Zusammenarbeit mit den Eltern verfolgt. Wir motivieren zu eigenständigem Denken und freier Entfaltung der Persönlichkeit und schaffen dafür die nötigen Freiräume. Neben dem Regelschulzweig haben wir einen heilpädagogischen Schulzweig mit vielfältigen Vernetzungen. Auf unserem großen grünen Gelände mit alten Bäumen verbringen alle SchülerInnen gemeinsam ihre Schul- und Freizeit. Freies Reden, Handwerken oder Gartenbau sind nur einige von vielen praktischen und lebensnahen Unterrichtseinheiten, die neben den traditionellen Schulfächern fest im Lehrplan stehen. Ohne Notendruck und Anpassungszwang lernen unsere SchülerInnen ihre individuellen Potenziale erkennen und Stärken auszubauen. So entwickeln sie nicht nur ihre kognitiven, sondern auch ihre sozialen Fähigkeiten und legen damit den Grundstein für ein selbstbewusstes und selbstbestimmtes Leben. Wir sind fürsorglich, inklusiv und familiär. Wir sind wahrnehmend und wertschätzend. Wir sind emotional, ambivalent und menschlich. So wie im richtigen Leben.